So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und mir ist letztens so eine kleine Idee gekommen. Ich wollte mal eine kleine Übersicht mir selbst verschaffen über meine Krypto-Shinies und endlich mal wieder die Familien durchentwickeln, wenn ich jetzt mehrere habe. Ich habe ja früher immer bei den Kryptos, wenn es neue Pokémon gab, drei Stücke gesammelt von einem Pokémon, das dann durchentwickelt, dass ich die ganze Krypto-Familie auf der Hand habe. Aber das mache ich jetzt bei den normalen nicht mehr. Ich hebe meistens nur noch das mit den besten IV auf von dem Krypto, außer es ist was relativ Gutes, so wie Tarnel, Metacross irgendwie oder Mammutel. Aber bei den Krypto-Shinies möchte ich trotzdem immer drei Stück haben, wenn es drei verschiedene Entwicklungen gibt, dass ich die Krypto-Shiny-Familie auf der Hand habe. Alles, was darüber hinausgeht, kann man eigentlich löschen, weil Krypto-Shinies kann man ja eh nicht tauschen. Also kann man die eigentlich auch einfach löschen. Hey, weil die lösen und dann als normales Shiny ist irgendwie, man hat ja meistens die normalen Shinies, also brauche ich die auch irgendwie nicht. Gut, manche lösen die, damit sie ein Hunderter-Shiny kriegen, aber mir geht es um die Farbe, nicht um die IV. Jetzt will ich einfach mal hier reingucken, was es denn Neues gibt. Nach Pokedex-Nummer sortiert, gehe ich hier auf Schillernd und gebe zusätzlich auch Krypto ein. Und dann kann ich mal sehen, wenn ich Krypto richtig schreiben würde, was wir jetzt haben. Ich habe zum Beispiel die Bisa-Sam-Krypto-Familie, die ist vollständig. Das ist sehr schön. Wir haben nämlich Bisa-Sam normal als Krypto hier drin in Shiny. Wir haben auch das Bisa-Knosp und wir haben das Bisa-Flor. Weiter geht es dann mit Glumanda-Krypto-Shiny. Haben wir am Start, genauso wie Glutexo und auch Glurak, was verdammt gut aussieht, muss man sagen. Und auch die Shigi-Familie ist vollständig in Krypto-Shiny vorhanden. Habt ihr die drei Kando-Starter in Krypto-Shiny vorhanden? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt haben wir hier Nidorina. Da fehlt ja was davor. Nidoqueen. Hmm, Nidorina, Nidoqueen. Also da fehlt für die Familie definitiv eins, aber anders kann ich es jetzt nicht machen. Ich kann ja nichts entwickeln, sonst fehlt ja wieder was. Blutzug, Krypto-Shiny ist vorhanden. Omot, Krypto-Shiny ist vorhanden. Quapsel habe ich eins. Würde ich so lassen, würde ich natürlich dann erst entwickeln, wenn ich auch die anderen zwei habe, sodass man dann eben gucken kann, was ist das Beste und das Beste von den dreien von den IV her oder vom Level her entwickelt man dann. Anders hier Macholo. Macholo habe ich jetzt drei Stück. Eins, zwei, drei. Hier könnte man jetzt gucken, was die besten IV hat und dass man den besten IV, könnte man dann hochziehen. Macholo hebe ich mir aber zum Schluss auf, wegen was ganz Besonderem. Dann haben wir Magnetilo einmal. Wir haben Magnetilo zweimal. Hier bräuchte ich also auch noch ein drittes für die Familie. Wir haben einmal Slimer. Dann haben wir hier Traumato und Hypno. Die sind auch für die Familie schon vollständig entwickelt. Bei Owei habe ich leider ein bisschen geschlammt, denn wir haben zwar Owei und Kokowai. Man konnte aber Alolo Kokowai entwickeln über ein Krypto-Owei heraus bei einem bestimmten Krypto-Event. Habe ich aber vergessen. Jetzt habe ich hier zwei Owei übrig. Muss auch eins aufheben. Vielleicht geht das trotzdem irgendwann mal wieder. Dann möchte ich bitte auch ein Krypto-Alola Kokowai mir noch entwickeln. Das gleiche galt übrigens auch für Tragosso. Während eines Krypto-Events konnte man Tragosso, wenn man es entwickelt hat, zu einem Alola-Knocker machen, statt einem normalen Knocker. Da habe ich drauf aufgepasst. Habe also Tragosso, Shiny-Krypto, Knocker, Shiny-Krypto und auch Knocker, Shiny-Krypto auf der Hand. Oben bei Owei habe ich es leider vergessen. Dann haben wir Skorkler. Fehlt aber auch ein zweites, um das zu entwickeln. Sneebel. Habe ich auch nur eins. Fehlt auch ein zweites, um das zu entwickeln. Bei der Samurzel-Familie fehlt ein drittes. Nämlich einfach Samurzel. Ich habe Blanas jetzt hier. Ich habe Tengulist hier. Aber es fehlt das normale Samurzel. Zubiris hat ja keine Entwicklung. Da habe ich letztens auch ein paar weggehoren. Weil ich dachte, eins reicht ja. Das kann zwar eine Mega-Entwicklung machen, aber Kryptos können keine Mega-Entwicklung machen. Also brauche ich auch hier eigentlich nur eins. Und selbst bei einer Mega-Entwicklung würde das ja nur dann kurzer Zeit anders gehen und dann wieder zurückgehen. Also Zubiris reicht auch eins. Ganz gleiches wie bei Flunk-Kiefer, was auch mal eine Mega-Entwicklung kann. Aber eben nicht das Krypto. Nur das normale kann man also auch aufheben. Jetzt haben wir hier Kanivania. Fehlt mir ein zweites. Aber wir haben Kindwurm, Draschel und Bruder Landa. Für die Familie vollständig. Tarnel. Guck dir das an. Tarnel. Vier Stück. Das heißt, eins kann ich wegwerfen. Würdet ihr das wegwerfen? Vielleicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt sehe ich gerade, ich habe Müll erzählt, Sneeble, von wegen ich habe nur eins. Da ist doch Sneebuna. Problem ist, wird halt durch die Sino-Entwicklung dann wegen Pokedex-mäßig weiter unten geführt. Aber doch, Sneeble, Sneebuna ist auch voll. Genauso wie Skorglar und Skorgro. Und dann haben wir noch Ursa Luna. Das war auch richtig genial beim Teddy-Ursa-Sea-Day. Das ist Seas, dass man dann eben Ursa Luna entwickeln kann. Und man könnte natürlich auch ein Krypto-Teddy-Ursa entwickeln zu einem Ursa Luna. Ist auch hier ein Shiny-Krypto-Ursa-Luna. Jetzt habe ich also zwei, die ich noch entwickeln kann. Und eins, was ich wegwerfen kann. Dafür wollen wir hier mal auf das Tarnel gehen. Jetzt will ich einfach nur wirklich mal schauen, welches das beste und welches das schlechteste Tarnel ist. Dieses hat null Sterne. Dieses hat null Sterne. Dieses hat ein Stern. Dieses hat ein Stern. Das hat mehr Angriff. Das hat mehr Verteidigung. Insgesamt haben wir elf, sieben. Mir ist das eigentlich komplett egal. Ich nehme einfach das, weil das auch das WP-Höchste ist. Zwar nur mit einem Wert. Aber ich werde dieses Tarnel jetzt einfach einmal durchentwickeln zu einem Metang und Metagross. Sodass ich einen Shiny-Krypto-Metagross habe. Mit recht schlechten EV. Wir wissen alle, ein 0%-Krypto ist immer noch stärker als ein 100%-Normales. Trotzdem würde ich das nicht unbedingt pushen wollen. Ich würde das einfach so als Shiny-Krypto einfach im Beutel lassen. Werde das zweithöchste dann, weil es auch einen Stern hat, zum Metang machen. Und das allerkleinste und letzte werde ich dann verschicken. Bei Mach-Holo erwartet uns trotzdem was Geniales. So, Patronen-Hieb-Lichtkanone. Hat halt keinen Stern-Hieb. Braucht es eh nicht. Damit greife ich nicht an. Ich lasse das ja so auf 1,3. Ist mir doch egal. Deswegen machen wir jetzt hier ein Metang draus. Das geht auch recht fix. Ein Metang. So. Schwebe in die Luft. Komme wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Jetzt nicht einfach nochmal draufdrücken. Sonst habe ich es nämlich verkackt. Dann brauche ich das dritte nämlich doch noch. So. Wir haben jetzt also Metagross, Metang und Tunnel. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, welches das Schlechteste war. 6, 2, 3, 6, 1, 2. Also das hat nochmal insgesamt 2 weniger. Ich würde also dieses Krypto-Shiny-Tanel jetzt einfach verschicken. Wir brauchen Beutelplatz. Immer. Deswegen schicken wir das weg. Gehen wir aber noch zum Highlight. Und zwar Mach-Holo habe ich ja 3 Stück. Die können wir auch jetzt mal bewerten. Welches was wie gut ist. Das hat 2 Sterne. Das lassen wir unten. Das hat auch 2 Sterne. Welches ist besser? Das hat weniger Angriff. Mehr Verteidigung. Das hat mehr Angriff. Es ist eigentlich komplett egal bei denen. Ich würde das, weil das mehr hat, erstmal auf Stufe 2 entwickeln. Ihr habt es schon gesehen. Das dritte habe ich ausgelassen. Das dritte habe ich jetzt ausgelassen. Dann habe ich nämlich ein Mach-Holo. Ich habe einen Maschok. Oder einen Hackstock. Wie man auch sagt. Das dritte werde ich jetzt komplett entwickeln. Neue Rekorde von der Größe. Jetzt ist es auch noch klein. Verdammt nochmal. Das sah doch gut aus. Jetzt ist das auch noch klein. Naja, auf jeden Fall nehmen wir jetzt das. Ich glaube, das ist das Richtige. Wir werden das jetzt zweimal entwickeln. Bitte ändere nicht deine Größe. Dann werden wir es bewerten. Und dann werden wir es pushen. Das werden wir nämlich auch noch machen. Erstmal zurücklehnen. Chillen. Warten. Sehen, dass die Folge schon wieder über 8 Minuten geht. Obwohl, ich habe durchweggehend geredet. Frei erzählt. Aus freien Stücken. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal diesen. Kann ich ja nichts. Was soll ich da schneiden? Was soll ich da schneiden? Meine Videos nehme ich meistens One Take auf. Drücken. Labern. Fertig. Zack. Und nicht 30 Minuten Material und so 10 Minuten zusammengefriemelt. Weil ich nach jedem Wort erst mal 3 Stunden Luft holen muss. Und überlegen muss, was will ich eigentlich sagen. Also, wir reden immer durch. Dafür standen wir auch in der Schule. Jetzt möchte ich das. Ich glaube, es ist ein Fehler. Aber ich gebe jetzt erst. Ich pushe es jetzt komplett auf Level 50. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Jetzt mache ich hier noch den Level 50 Tag dran. Pass auf. So. Jetzt ändere ich noch die Attacken. Oh, Tränke. Warte mal. Wir müssen mal die Sicht hier wechseln. Sofort hier im Patronenheap. Weg. Konder. Konder hier. Lade-TM. Rambos. Weg. Nahkampf. Nein. Möchte ich nicht. Ich möchte. Rambos nicht schon wieder. Ich möchte. Wuchtschlag. Konder Wuchtschlag. Passt. Und jetzt bewerten wir es mal. Wir haben einen 98er. Krypto. Shiny. Macho Mai. Deswegen habe ich das auf 50 gezogen. Und auch die Attacken dran gemacht. Und habe jetzt 3441. Das ist cool. Das fällt auf. Das riecht abartig. Wie man sieht. Und das möchte ich jetzt so nehmen. Und ja. Das ist meine. Das sind meine momentanen Krypto Shinies. Die ich auf der Hand habe. Da fehlt trotzdem noch was. Wenn ihr wisst was fehlt. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr nicht wisst was fehlt. Dann egal. Wie ich sehe. Sollte ich am besten überall noch ein Favoritenzeichen dran machen. Dass ich nicht irgendwann aus Versehen mal eins verschicke. Das mache ich aber wenn das Video aus ist. Würde sagen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und guckt euch noch was schöne Maskottchen an. Weg ist es. Da ist es. Weg ist es. Da ist es. Von Julchen. Fähchen. Weil die ja die Raid Mania im Januar gewonnen hat. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.